Herzlich Willkommen zu einem neuen Review, ah ne, Let's Play. Ich habe es schon verwechselt, wir spielen auf, ähm, wie heißt die Map? Downtown? Downtown Neo. Mit. Julian, Mango. Mit Mango. Und, joa. Wir spielen als Lobelresk und, hoffen wir, wie wir gewinnen. Oh. Joa. Karte. Karte. Du siehst schon einen? Flaschgrenade! Gehe hier rein mit. Oh, der PC fängt an zu laggen. Bomb has been planted. Der ist nicht an zu laggen. Wetter? Ne, er hat sich erledigt. Was war's? Ach, hier sind ja noch gar nicht so viele drin. Wow! Wer der View stand? So, das war schon mal die erste Runde, die... ...Kibus und ich gewonnen haben. ...die ich absolviert habe! Ich! Mein Kill ist mein Kill. Ey, warte. Wie ist denn der eine gestorben? Äh... Da unten ist jemand. Oh Gott! Oh, Jumpshot! Hast du ihn gesehen? Hatten halt Spaß. Das ist doch nicht Spaß. Mann, Digga! Ich hab dich fast geführt! Und dann zieh wir weg! Oh, dann kam ich. Da kommt Pebus. Und... Ja! Trapzeit, ne? Ich hätte auch auf mich können. Mein... Mein Laptop ist... ... sehr gut. Ach, Digga-Bank. Jo! Jo, Mann! Aber du wolltest, wenn ich so ein Top-Stand, was du erst mal... Einer Space! Thirteen! Hey! Na, 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 na... Okay. Schön, ey, da. Nachrichten. Okay, move out! Ich glaube, du willst ja mit MK-Cristal rum, ne? So ein bisschen aufrufen. Auf... ...dem Mango-Account? Fire in the hole! Oh no! Nice! Nein! M4... ähm... Cutting-Cristal! Ah, das ist hier nicht so aus! Downtown! Oh! Da war ein anderer mal! Ja, verschrien! Ah! Okay! Reicht doch langsam mit dem Leg! Flashbomb! Also, ich muss auch noch sagen, ja... Aber sonst hab ich noch... ...bett... ...bett... ...FIRE IN THE HOME! ... 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